Und wir sind zurück beim Monarch-Special Undertale im Kampf gegen Undina! Zack und grün! En Garde! Echt! Und wir challengen sie! Sehr schön! Ja ja! Ja ja! Okay! Not bad. How about this? Ding 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 Ding! Challenge! Und jetzt geht's fast! Das war einfach wieder! Und jetzt sind wir schon im Unfair-Bereich! Ding 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 Ding! Okay! Okay! Someone... Less extreme... Snitch! Okay! Nochmal Pete! Und... Enough warming up! Dann komm mal auf dich aufzuwärmen! Und mach mal! So... Ah... Challenge! Ich hab ja auch Unfair! Hehe... You are tough! also... Gé! Wow Fran是呀! Schattert forte, ey... Oh... Uh?... Someone... I've actually become a little less extreme... Maybe... Uh... 아니고... You can just like... god remastered... Okay, sobald sie mich um�� Ausland zu Ihnen.. Ähm, war es das mit, äh, weil jetzt haben sie mich gerade getroffen. Naja. Naja, das war blöd. Ah ja, okay. Das ist jetzt nicht. Hehe. Das ist ein super gemeines Ding. Sehr schnell, wir werden sehr, sehr schneller. Ich glaube, jetzt müssen die Gelben wieder kommen. So, ist das wie es? Ja. Oh, shit. Ja, okay. Ähm, steht. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ähm, attacks became a little less extreme. Ähm, anyone else would be dead by now. Oh, ja, ich bin aber... Ja. Und zack. Und... Challenge. Äh, ich bin auch nicht schon wieder unfair. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. Maximal einmal, wenn du... Ähm, attacks became a little less extreme. Komm schon. Ich schaff das. Ich schaff das. Okay. Puh, okay. Ähm... Geht das nochmal? Ja. Okay, komm mal. Shit! 3 Tempel! Oh! Tastes yuppie hier! Was auch immer! To ends is right now! Okay, Moment! Das war jetzt gerade vergessen! Challenge Armour! Bullets getts faster, okay. Right now! Hey, das ist super schwierig, ey! Want to be French, you remember someone. Attacks became a little less extreme. Right now! Bisschen weniger extrem! Hör mir auf, ey! Ja, komm, Challenge! Bullets getts faster, okay. Zack, 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 zack! Haha! Dieses meine ich! Ähm... Read. Attacks became a little less extreme. Naja, DIE ALREADY, YOU LITTLE BRAT! Äh... Äh... Hör mir auf, ich kann den nicht! Das ist so ne blöde Phase! Äh... Und das sind die Knochen, ne? Ah! Ne, das sind... Das ist 10 fun! By getting in my way! Aber ich glaube, die rote Phase... Die rote Herzphase ist einfacher als die grüne. Finde ich zumindest. Ähm... Challenger. Ich kann das喔! Gets faster! Will not be defeated! Gets faster! Gets faster! Vistchen! T you? Was Danny's faster? Ok, 1 bleed! You? Adjust, not? Refrench your emotions. Attacks became a little less extreme. Ok... Schweig, Dalla, EER DEVOSO! Nadine is smashing spears on the ground. Challenge. Okay, gut, fair. Perfect. Dart around to see if this is a prank. Okay. Let's go. And Pete. Let's go. Can I just sparen? I'll try it right now. Spare. Come on, Nadine. Oh, we don't have to fight. We don't have to fight. No. Fleet. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Is it wrong? I just want to be friends Ich drück jetzt nur noch Ah, es war klar Es war klar, dass ich das noch Verkacke So ein Scheiß aber auch Ah, okay You will stay determined Ah, ja, okay God Das war ein langer Kampf Acht Minuten habe ich jetzt dafür gebraucht Zack, on guard Attacks Und die eine Challenge Naja Ich habe noch nicht einen Akkurs gesehen Aber ich sage, die Bullets sind so einfach Ding, ding, ding Jetzt fast Okay Ding, 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 ding Ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die Dinge auswendig kennen Und ich glaube, wenn man das auswendig kann, dann ist das einfacher Weil dann ist das wie Musik spielen Weil im Grunde mache ich auch gerade nichts anderes als Musik Also ich mache gerade nichts anderes als Musik Und ich hoffe, dass wir hier in der Hand verrollen und reagieren Also ich habe auch noch etwas Oh, das ist ein Problem Und ich habe einen Nach-Hard mit arqueroid Und Und Get Unter Zack Und Uh Bleat Das ist Extremes Ha! Ja! Geht Remember someone Okay, okay, okay Okay, okay Okay Challenge Faster No, we're still here Okay And, uh Geht I actually can't live in this extreme Honestly killing you Now is an act of mercy Bing Okay Wait, wait The text became a little Let's stream So Hmm It smells like sushi I'm going to take the Agro down Ehm And And there we go Challenge Yeah, gets faster And 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 there we go Draws her finger across my neck Okay Oh 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 It smells like sushi It's too easy She doesn't care Oh 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 Also bei den gelben muss man sich echt genau darauf konzentrieren wo sie herkommen und dann in die entgegen gesetzte richtung und denken und das ist superschwierig Ah Fuck Man lässt sich dann halt irre schnell davon ablenken Und Challenge Ich sitze direkt wieder unfair Fast So Items Dock Salad Slideric Ah Session Garbage Right now Ich hab mich noch nie über Full in Spielen schon bevor Und Bleed But nothing happens Haha Den kann ich sogar Den kann ich sogar Easy Faster Ah 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 Da Oh Okay Einmal da drin Ist man draußen Weil man durch dieses ganze gedrehen nicht mehr sieht wo sie herkommen Ah Challenge Ja Wir machen noch mal eine Challenge Gets Gets faster You are getting in my way Das war einfach Oh die Arme überventiliert Just want to be friends Okay Ja okay Became a little less extreme Okay Äh Die Überventiliert schon wieder Ah Ah Die Bullets get Unfair Ja Okay 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 Ich hab auch das Gefühl die werden dann langsamer Viel aber die werden dann glaube ich wirklich ein bisschen langsamer Just wanna Okay Zack 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 Okay Smells like Angry Fish Ich weiß noch nicht wie die Angry Fish riecht Aber Okay Okay Gib auf Mädel Gib auf Mädel Auf Mädel immer bitte 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 Ich sag nochmal Gebrauchsmädel, aber ich bin Glück, aber ich glaube schon. Hala? Hat sich der, der eine doch gesagt, sagt doch alles, dass sie nicht schaust. Und schon. Pete, first you want to be friends. Ja, ja, schon. Ich mach das wunderbar. Ich mach das 100% nicht falsch. Ich muss hier was anders machen. Ich versuche es trotzdem. Okay. Nach der Runde, wenn du mich jetzt umsetzen darfst, werde ich... ...einmal checken. ...never gives up. Okay. Spare. Spare. Okay. Spare. Okay. Das tut sich gerne nichts. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich will nur Freunde sein. Ich will nur Freunde sein. Ich will nur ein bisschen weniger extrem sein. Das ist ja alles wunderbar. Aber man muss halt wirklich sagen... Ich weiß nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich mach das gerade falsch. Ich mach das gerade, glaube ich, absolut falsch. Ja, das ist ja alles wunderbar. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Was ist das so klein? Nein, das ist nicht. Was muss ich da wirklich 50 Millionen mal auf... ...da drauf gehen, von wegen, hey, ich möchte nicht gegen dich kämpfen. Ich möchte da ein Freund sein. Alles klar. Dann hat sich das. Wehen das Verschiedspissen. Spare. Ich versuch's. Stop running away. Nee. Okay. Okay. Come back here. You're a little punk. Die already, you little brat. Okay. Ich hab keine Ahnung, was macht was. Sees of your friends are harmed. Spare. Take nothing from the likes of you. Okay. You will never spare me. Okay. Okay. Das, 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 das. Das kommt schon. Auf. Ach, meine Güte. Ach, meine Güte. Ah, Blit. Ich möchte dich besiegen. Was muss ich denn machen, verdammte Kacke? Mercy. Flee. Come back here, you little punk. Undine attacks. Flee. Hey, ich gehe jetzt einfach weiter. Welcome. Come back here, you little punk. Mercy. Flee. To. Ring. Hey, what's up? I was just thinking. You, me, and Martina should all hang out sometime. I think you would make great calls. Let's meet up at her house later. Dein fucking ernst. Es ist wirklich die Sache. Moment. Hallo, hallo. Okay. Armour. So. Hot. But I can't. Give up. Ich kann dir Wasser besorgen. Warte. Okay. Give undine the water. Yes. Du gießt das einfach über sie. Okay. Du gießt das einfach über sie. So. Ähm. Okay. Okay, 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 okay. Aber Surrey so I came over from waterfall to get a drink. Dein ernst Ich glaube, das werde ich noch öfter fragen Seeing such a strange laboratory in a place like this, you are filled with determination Okay Okay Tralalalala, I am the river man Or am I the river woman? It doesn't really matter I love to ride in my boat Would you care to join me? Ride the boat? Nah Then perhaps another time, or perhaps not It doesn't really matter Über den Jordan möchte ich nicht gehen Und ich nehme an, da oben werde ich sowieso geblockt Also gehen wir mal ins Laboratorium It's too dark to see the near, uh, to see near the wards Okay Was bist du denn? Hallo, Mr. Dinosaurierman Oh my god I didn't expect you to shower up so soon I haven't showered I'm barely dressed It's all messy And Hey, yeah I'm Dr. Alves Den Namen hab ich schon mal irgendwo gelesen Wo war'n das? Ich hab keine Ahnung I'm of course Royal Scientist, but I'm not one of the bad guys. Actually, since you stepped out of the ruins, I've been observing your journey through my console. Your fights, your friendships, everything. I was originally going to stop you, but watching someone on the screen really makes you root for them. So, now I want to help you. Using my knowledge, I can easily guide you through Hotland. Okay. Wow. The king of them should really name nothing more, because... ...the Lavasee Hotland! So, to be honest, that's probably a bad joke. I know a way to Eskhor's castle, no problem. Well, actually, there's just a tiny issue. A long time ago, I made a robot named Metaton. Originally, I built him to be an entertainment robot. You know, like a robotic TV star or something. Anyway. Recently, I decided to make him more useful. You know, just some small practical adjustments. Like... ...ne laser knabber or something. Anti-human combat features. Yeah. Give me something. Of course, when I saw you coming, I intimately decided I have to remove those features. Unfortunately, I may have made a teensy mistake while doing so. ...and, um... ...now his unstoppable killing machine was, uh... ...exhersed for human blood. Hehehehe. Hehehehe. But, um... ...hopefully we won't run into him. Kommt er jetzt einfach durch die Wand gebrochen? Did you hear something? Ich bin mir ziemlich sicher, er kommt durch die Wand gebrochen. Die ist so schön groß und leer. Oh, no. Oh, yes. Welcome, beauties. Ich wusste es. To today's quiz show. Was? Oh, boy. I can already tell it's gonna be a great show. Everyone gives a big hand for our wonderful constant. Never played before, Gurgis. No problem. It's simple. There's only one rule. Answer correctly. Or you'll die. Das ist bei Günther ja auch ein bisschen anders. Metatron attacks. Okay. Check him out. Attack 30. Def 255. His metal body renders him. He's for... Erste Musiker. Let's start with an easy one. What's the price for answering correctly? Uh... Uh... Plus... Aha. Uh... The quiz show continues. Uh... Okay. Christ. Here's your... What's the king's full name? Okay. Uh... Continuous. Metatron. Ja, und... Was soll ich eigentlich drücken? Also... Moment. Also... Zwei Fragen falsch beantwortet. Okay. Check mal aus. Enough about you. Let's talk about me. What are robots made of? Too easy for you, huh? Uh... Eventuell... Zeigt er die richtige Antwort ständig an. The quiz now continues. Here another easy one for you. To... Uh... Okay. Don't count on your victory. How many flies are in this jar? Ah... Correctly. You are so lucky today. It will not be in camp... Metatron. Try. What monster is this? I am so glad that you remember it. Okay... Do these crew members against zero? Super wish a ghost. Uh... Uh... Was ist denn das für eine Bullshit-Frage? Und warum zählt die Zeit hoch? Uh... Hallo? Ich lass mal 100 durchlaufen. Uh... A great answer. I love it. This quiz show continues. Okay. Try. And... Here's a simple one. How many letters in the name? Metatron. Of course. That was easy. Okay. Yeah. Blah, blah, blah. Time to break out the big guns. In the dating simulation video game. You will kill the... ... ... Alphys, Alphys, Alphys. You aren't helping our constant, are you? Oh... if you don't have calls. I will ask a question. You will be sure to know the answer too. The answer to. Who does Doctor have a crush on? Uh... Was weiß ich? Correct. Dr. Alves, I have a crush on the unknowable. You see, Alphys believes there is someone out there, someone watching her. Someone she thinks is cute and interesting. Ah, this is a Z! Okay. Hello, Svurek. Take me first, Dr. Alves likes you. Too bad you are not real. Haha, that's super funny. And eventually I haven't looked at the figure. We'll see you next time.